Zum Urologen. Und der Urologe, also der hat's mir, also wie soll ich sagen, die Apotheken hat's mir ein bisschen outage gehabt, aber der Urologe, das ist irgendwie, wenn's das schon fünf Jahre mag, mitmachst, die Prozedur, es ist irgendwie so, ich möchte jetzt sagen, ein Hobby, aber es ist irgendwie, es ist schon familiär irgendwie da drinnen. Es ist irgendwie, ja, es ist leibernd, also es ist, heut bin ich reingekommen, alle, Servus, Freil, ja, ja, bleib sitzen, habe ich gesagt, ja, ja. Der Rudi, der Franz, hinter mir der Seppi, sag ich, Servus, Seppi, ja, klatsch, Alter, Seppi, bist du Eppert, ich war grad dran, erst nach Gefräte.